Nachricht zeitversetzt versenden In unserem Beispiel möchten wir einen Geburtstagswunsch zeitversetzt verschicken, damit wir diesen Gruß nicht vergessen. Wenn Sie mit dem Verfassen Ihrer E-Mail fertig sind, klicken Sie auf der Registerkarte Optionen in der Gruppe Weitere Optionen auf Übermittlung verzögern. Das Dialogfenster Eigenschaften öffnet sich. Unter Übermittlungsoptionen ist die Option Übermittlung verzögern bis bereits ausgewählt. Wählen Sie nun im Dropdown-Menü den gewünschten Tag und die gewünschte Uhrzeit aus, zu der die E-Mail verschickt werden soll. Wenn Sie eine Kopie der gesendeten Nachricht speichern möchten, so lassen Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert. Ansonsten entfernen Sie den Haken. Klicken Sie dann auf Schließen. Klicken Sie anschließend auf Senden. Die E-Mail erscheint bis zum Versandzeitpunkt in Ihrem Postausgang. Zeitversetzte Nachricht bearbeiten Sobald Sie eine E-Mail-Nachricht verzögert versenden, erscheint diese mit kursiver Schrift in Ihrem Postausgang. Falls Sie solch eine E-Mail im Nachhinein noch bearbeiten möchten, so machen Sie einen Doppelklick auf die E-Mail. Die Nachricht öffnet sich und Sie können sie einsehen bzw. gewünschte Änderungen vornehmen. Nachdem Sie die E-Mail mit Hilfe des roten X an der oberen rechten Ecke wieder geschlossen haben, werden Sie merken, dass die E-Mail nun nicht mehr mit kursiver Schrift in Ihrem Postausgang erscheint, sondern mit der normalen geraden Schriftart. In diesem Zustand, dem Bearbeitungszustand, wird die E-Mail nicht zum voreingestellten Zeitpunkt versendet. Sie müssen die E-Mail zunächst erneut öffnen und auf Senden klicken. Nur dann wird die E-Mail zum voreingestellten Zeitpunkt verschickt. Also nicht vergessen! Nach Einsicht oder Bearbeitung einer Nachricht mit verzögerter Übermittlung schließen Sie das E-Mail-Fenster mithilfe der Senden-Schallfläche, um ungewollte Verzögerungen vorzubeugen. Dieses Lernvideo wurde Ihnen präsentiert von Easy Training, Agentur für multimediale Lerninhalte seit 1999. Folgen Sie uns auf easytraining.de, YouTube oder Facebook.